Willkommen zurück bei Stellekomplex, wir haben den, den die da ist, Jetpack gefunden und müssen da jetzt nach rechts mit unserer neuen Ausrüstung Ah, Moment Okay, weiter nach oben Dann da unten durch Da ist eine Spinne, also ein Spinnenbot Erledigt, aufwärts So, wie kriegen wir dich weg? Ganz einfach, das war eigentlich zu erwarten Spring doch einfach dagegen Das war lucky, das war nicht geplant Das schon Super Rocket Jump Da oben ist ein Fragezeichen Sieht nach Granatenpack aus Jupp, Granatenpack 11 von 30 Da sind Leute im Hintergrund Die können wir vielleicht überraschen Vielleicht aber auch nicht Ich trau mich nicht, ganz da runter zu jumpen Ah, ich frage mich, seht ihr echt nicht Okay, dem schießen wir in den Kopf Hoffentlich Oh Ich glaube, so eine Holztrap ist keine gute Deckung Warum treffen die mich, aber ich nicht die? Ich bin so eingekesselt So, Nummer 1 Dieser scheiß Typ da hinten Der da oben Okay, einfach durchrennen Ach, der trifft mich die ganze Zeit Oh, ihr seht schon Ich bekomme wieder so viel Schaden Das ist doch echt nicht cool Oh Mann Ich habe jetzt echt keine Lust Komplett zurück zu laufen Und nochmal die Medikits einzusammeln Weil Das Ist jetzt echt ein bisschen doof Ah, ich komme nicht hoch Ach, scheiße Ich bin so kaputt Was mache ich denn da jetzt? Ach so, das war der Raum Oh, nee Oh, jetzt bin ich so angekratzt Das kann doch nicht wahr sein Naja, wenn ich jetzt gleich sterbe Dann ist es sowieso egal Da oben steht jemand Vielleicht komme ich ja mit dem Rocket Jump hoch Vielleicht tötet er mich auch Mann Nicht gut Ich bin echt total angeschlagen Der nächste Schuss tötet mich vermutlich Medipacks Aber die machen Die machen den Braten auch nicht mehr fett jetzt Und vor allem bin ich jetzt voll Nee, gar nicht So vom Weg abgekommen Aber da geht's hoch Eigentlich Na toll Und auch nicht Da brauche ich was Rotes Ich weiß, ihr wollt mich alle failen sehen Aber das wird euch nicht gelingen Ich bombe mich jetzt mit dieser Handvoll Lebensenergie da durch Aber erst muss ich an die Kante da hochspringen Auf, komm, du Sprunggenosse wie auf dem Mond Das schaffst du schon irgendwie Nach oben Schaum Da oben gibt's Ach, da gibt's ein Energiepack Ich will es haben Ich brauche so dringend Lebensenergie Wenn ich da jetzt runterspringt, tötet er mich Das ist das Problem, das ich habe Das hat mir so nachlädt Muss ich immer nachladen Ich hab keine Ahnung Ich bin sicher, wenn ich da springe mich tot Schieß, schieß, schieß Oh Gott Oh Gott Mann, Mann, Mann Nein, das Lebenspack ist weg Oh, so ein Pech Da unten ist ein Fragezeichen Vielleicht gibt's da was Ich kann angeblich runter Oh, die sind schwarz und böse Dann gehe ich doch hier mal oben lang Was gibt's da? Einen Speichelpunkt Oh, und Lebensenergie Aber nicht so viel Kommt die wieder? Möchte ich einfach da draußen reingehen Schön wär's gewesen Oh, okay Dann müssen wir wohl da durch Ich schleich mich an Vielleicht mit ein bisschen Glück Okay Okay, die jagen sich dann selber in die Luft Auch gut Ähm Ein bisschen höher Ähm, ja Ein bisschen eine komische Strategie Aber sie funktioniert Oh mein Gott Ne, okay Ähm, ich hab irgendwas getan Und es ging auf Nicht mit mir Jupp, 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 jupp Okay, okay, okay Noch mehr Roboter Ei, ei, ei Schieß ihn doch ab Und geh weg Wenn sie explodieren Mein Gott Du bist nicht feuerfest Nochmal ein Speichelpunkt Ähm, aber Doch, Lebensenergie Och Gott sei Dank Jimmer halt mal Zwei Container wieder voll Nöö, nöö, nöö Die Rohre, was Okay, die Rohre Aber nur was Äh Was mit den Rohren Ich hätte ihn wohl ausreden lassen sollen Orange Aber ich kann es nicht kaputt machen, weil... Ah, jetzt Nein, ich hasse doch Wasser Aber so kann ich nicht immer nach oben arbeiten Irgendwo da ist mir was Böses da oben, wenn ich schieße Aber ich schieße einfach blind nach oben, wenn wir schon was treffen Oder auch nicht Nachladen und hoffen, 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 hoffen Headshot Naja, das ging nochmal ganz gut Jetzt müssen wir nur gucken, noch höher zu kommen Ah, da geht es weiter, 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 weiter Ja, mein Controller-Bug mal wieder, großartig Da fehlt noch eins Ah, okay, ich sehe schon welches Das war wieder nicht beabsichtigt Aber irgendwie fliegt hier alles in die Luft Ähm Ähm Ähm, okay Ich habe das doch schon mal aufgeschossen Wie schnell repariert sich dieses Ding denn? Da oben ist jemand Oder etwas Ich glaube, es ist etwas Ich glaube, es ist so ein kleiner Roboter Machen wir den mal weg Sonst nervt er mich die ganze Zeit noch Ciao, ciao Und eine Karte Kein Speicherpunkt Voraus Okay Egal Aber, Energie Das ist doch schon mal eine feine Sache Ich bin doch voll Ähm Dum, 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 dum Ich möchte einen Headshot schießen Für den Erfolg Gar nicht so einfach Ah, er kriegt mich nicht He, 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 he Ich weiß, das ist gemein, aber Vor allem, es bringt gar nichts, wenn er wiederkommt Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü wo hier wer steht. Das ist total irritierend. Vor allem, ich weiß nie, von wo man mich wo treffen kann, wegen der Hintergrund- und Vordergrundkiste. Wisst ihr was? Wir machen hier kurz mal einen Schnitt und ich finde heraus, wie ich die Leute tötene. Bis gleich.